Willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14 und wir sind immer noch dabei das Regierungsduett für U-Mode zusammen zu kleben und guck mal hier ist eine Quest, die ist ganz interessant, Zwergengeflüster. Ähm, ich glaube die lotzt uns in eine andere Quest und zwar die für eine 24er Instanz, aber egal, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Wir wollen erstmal mit Shine News sprechen. Macht die Map aus, dann sehe ich das auch nicht wieder. Also sag, was soll ich tun? Du weißt, wie es um Humor steht und was die größte Not der Bewohner ist. Es gibt nicht genug zu essen. Die Leute waren lange vom Mjol abhängig und haben verlernt, sich selbst zu versorgen. Hunger kann den Anständigsten in eine Bestie verwandeln. Nicht mehr lange und es wird zu Unruhen kommen. Wie willst du das Problem lösen? Das soll dein Test sein und ich werde dir nicht dabei helfen. Wir brauchen eine kurzfristige Lösung und eine langfristige Lösung. Hast du auch einen konkreten Vorschlag zu machen? Kurzfristig sollten wir unseren bestehenden Wohlstand nutzen, um mit unseren Verbündeten im Umland Handel zu betreiben und so Nahrungsmittel zu beschaffen. Das wird den größten Hunger stillen und uns etwas Zeit für langfristige angelegte Maßnahmen verschaffen. Denn auf Dauer können wir unsere Versorgung nur sichern, wenn die Leute in die vereinsamen Dörfer zurückkennen und dort nachhaltige Landwirtschaft betreiben mit Green Chemistry und wenig Pestiziden nach Möglichkeit. Natürlich müsste man dafür zuerst das Vertrauen der verbleibenden Dorfbewohner gewinnen, z.B. indem man für ihre Sicherheit sorgt. Und das hast du dir alles selbst ausgedacht? Ja, nachdem ich mich gründlich mit den Bewohnern Humors und des Umlandes umgehört und nach ihren Sorgen erkundigt habe. Hm, es ist ein solider Plan. Das war noch kein Plan? Danke, Vrandon. Die Bestätigung aus dem Munde eines so erfahrenen Staatenmannes, wie du es bist, bedeutet mir sehr viel. Noch eins gebe ich zu bedenken. Wie willst du die Leute überzeugen, ins Umland umzusiedeln? Wie willst du sie davon überzeugen, dass es ihnen dort besser gehen wird? Jetzt reden wir von einem Plan. Auch da habe ich eine Idee. Jedem Übersiedler stellen wir einen Arbeitstalos zur Seite. Der kann die schwersten Arbeiten übernehmen und gleichzeitig zeigen wir, dass wir es ernst damit meinen, unsere Pläne umzusetzen und die Arbeit zu liegen zu unterstützen. Wie soll das gehen? Es werden schon lange keine Taloi mehr hergestellt und neue zu produzieren dauert zu lange. Das stimmt, aber ich werde einen Weg finden, Taloi sind mein Spezialgebiet. Man nennt mich den Erben der Dedalus-Steinhauerei. Nun ja, eigentlich tut das nur meine Frau Gemahlin. Ich habe das Fachwissen und die Erfahrung und einen ganzen Stabfähiger Mitarbeiter. Zusammen werden wir das Unmögliche möglich machen. Na, endlich. Ich bin mal gespannt, wie er was Unmögliches möglich machen möchte. Alleine. Ohne Hilfe. Wrenden hat recht. Neue Arbeitstalo hierherzustellen kostet viel zu viel Zeit und wertvolle Ressourcen. Das Zauberwort lautet hier Wiederverwertung. Wir werden die bändigen und aufarbeiten, die außer Kontrolle geraten sind. Dafür brauche ich nur, ja, an der obersten Sprosse sollten welche zu finden sein. Kommt mir nach. Okay, wir folgen dir. Wir rennen dir eh schon die ganze Zeit hinterher. Juppidu. So, ganz schön neblig hier. Ich kann keine 50 Meter weit gucken. Ich glaube, ich sollte mal langsamer fahren. Ach ja, ich fliege. Da ist das egal. Was denn? Das ist egal. Ich fliege ein Motorrad durch die Gegend. Frisst das Physik? So, da haben wir ihn doch. Was hat er denn schon vorbereitet hier? Ich bin mal sehr gespannt. Wusste ich es doch. Hier ist, was wir brauchen. Hemmgranaten. Sie sind aus ätherdämmenden Pulver gepresst. Wenn man sie auf einen der wild gewordenen Taluri schleudert, wird der Ätherfluss in seinen Inneren blockiert und er kommt zum Stillstand. Ausgezeichnet. So können wir die Taluri außer Gefecht setzen, ohne uns in Gefahr zu bringen. Nicht nur das. Sie verfallen in einen Notbetriebszustand und lassen sich leicht befehligen. Wir lassen sie nach Yulmo marschieren, wo wir weitere Reparaturen vornehmen können. Ich werde mir in Zukunft öfter Lösungen überlegen müssen, die sich nicht allein auf eure Kampfkraft verlassen. Wir werden viele Taluri benötigen, wenn wir das gesamte Umland für die Landwirtschaft nutzbar machen wollen. Mit den Hemmgranaten können auch im Kampf Unerfahrene wie ich sie einsammeln. Herr Schei, wollt ihr euch das etwa selbst den Taluri in den Weg stellen? Mit mir nichts mehr als diesen Granaten in der Hand? Das ist immer noch zu gefährlich. Lasst mich das machen. Nein, Renton hat mir die Aufgabe gestellt, also werde ich sie auch lösen. Außerdem wäre es unverantwortlich, als Projektleiter ein neues Verfahren nicht selbst auszutesten. Es stimmt natürlich, dass mir ein wenig Bange ist. Bisher habe ich auf Ungeheuer und andere brutale Erscheinungen immer nur auf eine Weise reagiert. Mit Flucht. Aber es gibt immer ein erstes Mal. Ich habe einen Riesentalos errichtet. Da werde ich mich doch nicht von ein paar fehlerhaften Arbeits-Halloween-Boxhonen jagen lassen. Scheinus, du überraschst mich immer wieder aufs Neue. Wir stehen hinter dir und werden deinen Plan nach Kräften unterstützen. Wir stehen hinter dir und werden deine Flucht nach Kräften unterstützen. Ähm, lieber das Erste. Also, ich renne als erstes weg. Gut zu wissen, dass ihr zur Stelle seid, wenn es brenzlig wird. Ich habe nicht vor, mein Leben zu opfern. Eins könnt ihr allerdings noch für mich tun. Jemand muss mir im richtigen Augenblick ein Zeichen geben. Dürfte, wie wäre es mit dir? Ich gebe dir ein Fernglas, damit du auch den Überblick behältst. Danke dürfte. Dann lass uns jetzt zum Schnellweg gehen. Von dort hat man gute Sicht auf die Umgebung. Okay. Ich bin mal gespannt, ob er es hinkriegt. Ich glaube, ich lasse ihn die ganze Zeit wie Taluieren. So, hier ist der Beobachtungspunkt. Dann wollen wir mal schauen. Okay, ich würde sagen, er sollte auf jeden Fall nach hinten gucken. Und nicht irgendwo nach vorne oder so. Nein, nein. Falsche Richtung. Dreh dich um. Yay. Ernsthaft? Achso, ich muss ihm das Kommando geben. Ich muss nicht auf das Ding drücken, sondern ich muss auf ihn drücken. Aha. Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Noch nicht? Jetzt. Hallo. Meine Güte ist der Groß. Das hat gesessen. Der Talos ist stillgelegt. Auf zum Nächsten. Oh, das ist jetzt ein bisschen gefährlicher. Da sind nämlich noch zwei Bomber im Weg. Aber das macht überhaupt nichts. Wir warten bis... Genau, bis die Bomber weggucken. Und bis der Talos wegguckt. Okay, sieht gut aus. Nein, noch nicht, noch nicht. Nein, immer noch nicht. Jetzt müssen sich die Bomber erstmal wieder wegbewegen. Jetzt. Haha. Alle drei gucken weg. Das hätte ich jetzt auch nach hinten losgehen können. Das hätte jetzt auch nach hinten losgehen können. Und da bricht der Nächste zusammen. Ist das nicht die gleiche Stelle, die wir schon mal gesehen haben? Sieht das nicht genauso aus wie gerade eben? Egal. Na, ist doch gar nicht so schwer. Jetzt noch einen, dann haben wir fürs Erste genug. Kriegen wir hin. Das hast du fabelhaft gemacht. Aber den letzten schnappe ich mir alleine. Oh, echt? Da bin ich mir nicht so sicher. Oh, jetzt kommen hier voll die Skills. Kommt angelaufen. Mit doppeltem Salto. Oh, er hat es wirklich geschafft. Oh. Ja. Ja, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Wo ist die Zigarre, mein Herr? Ja, ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Ich liebe es, ich liebe es, ich liebe es. Puh, ich kann es selbst nicht glauben, aber... Ich habe es geschafft. Scheinus. Ich meine natürlich Herr Schei. Ich glaube, ich schulde euch eine Entschuldigung. Ich habe mir angemaßt, euch, den Erben der ebenso geschätzten wie erfolgreichen Dedaalus-Steinhauerei einen Test zu unterziehen. Aber ich hätte es von Anfang an wissen sollen. Yulmork kann sich keinen besseren Regenten wünschen als euch. Vielen Dank, aber ich weiß, dass ich noch viel zu lernen habe. Deswegen bin ich hier. Ich will eine staatsmännische Hilfe, äh, weil ich da eine staatsmännische Hilfe brauche, Vrandon. Und ich bin mit Freuden bereit, dem zu dienen, der Yulmork wieder auf eine großartige, äh, zu einer großartigen Stadt machen wird. Eine Stadt, auf die man Lieder des Lobes dichtet. Wenn Sie die Arbeitsthalui sehen, werden Sie deinen Plan folgen. Ein hochmotivierter neuer Regent und ein erfahrener, prinzipientreuer Staatsbeamter als Ratgeber. Wenn jemand Yulmork in eine leuchtende Zukunft führen kann, dann Sie. Lasst uns die Talui-Stadtler machen und schnell nach Yulmork zurückkehren. Schließlich wartet Frau Schei immer noch auf ein Wiedersehen mit ihrem Herrn Gemahl. Vorwärts Marsch! Lauf bis nach Yulmork. Und schön in einer Reihe bleiben. Was kommt denn da? Talui! Und sie kommen direkt auf uns zu? Schnell! So ruft doch jemand die Wachen! Das ist doch... dachtest du etwa wirklich dass ich ich bekomme keine luft was habe ich jetzt wieder angerichtet danke entschuldige mein liebster aber die freude hat mich einfach überwältigt schon gut ich hätte es nicht bei dem brief belassen sondern mit ihr sprechen sollen sie es mir bitte nach und hast du es dir überlegt ich bin nicht davon gelaufen weder vor dir noch vor der verantwortung ich wollte mir nur die unterstützung eines experten sichern und jetzt da ich das geschafft habe bin ich bereit das amt des regenten von jule moore anzutreten was dich doch ich bin ja so stolz auf dich mein liebster kann man meinen busen ich bin ich bin oh boy das ist der tut mir echt leid so zerquetscht zu werden aber irgendwie ist das auch cute sie ist ja wirklich eine umwerfende persönlichkeit ich bin mir sicher ich werde noch öfter das vergnügen ihrer gesellschaft haben zuerst dabei werden wir eine versammlung abhalten für alle bewohner von jürgen gleich welchen status oder rang sehen haben es wird die erste gelegenheit für scheinungs sein seine ideen einem breiten publikum vorzustellen aber zuerst sollte er für seinen atem wieder erlangen das finde ich aber auch die hüte langsam kann ich wieder atmen jetzt zu meiner rede vielleicht die wichtigste meiner regentschaft wenn denn wenn es mir nicht gelingt die bewohner jürgen muss von meinen plänen zu überzeugen kann ich gleich abdanken es soll sich das sollen sich alle in vorsaries großem audienzsaal versammeln nur dort ist genug platz dafür werde ich sorgen dass man in der stadt bescheid weiß du bist wie war noch mal dein name kaiser würdest du den leuten in wrackstadt und torstadt sagen dass der neue regent seine antrittsrede hält und ihre anwesenheit erwünscht ist natürlich überlass das getrost mir ab dank ich werde die hoch rühmliche armee anweisen jeden durchzulassen der die rede hören will ich hoffe natürlich inständig dass die kriegerin der dunkelheit auch anwesend sein wird also dann wir sehen uns im audienzsaal dies klingt doch vorbehofft und klein war nicht zu fabelhaft egal egal alles wird gut nichts ist besser als naiver glaube dass alles gut wird jetzt auch in dosen erst mal die partymolker anschmeißen wo geht es nicht hoch hallo audienzsaal da ach da ist er ja shaddon der aufzugwächter na dann lass uns hindurch der audienzsaal ist bereits geöffnet es herrscht regerandrang aus allen teilen der stadt ihr kommt natürlich ein ehrenplatz in der ersten reihe bitte der aufzug ist bereit nach gittau Ähm, also. Na mach schon, du kannst das. Liebe Leute, ich danke euch allen für das zahlreiche Erscheinen. Zuerst ein Wort an die Adligen. Dürfte ich euch bitten, euch einmal gut umzusehen. Zuerst ein Wort an die Adligen. Wir haben alle die Hallen von Yulmoh betraten. Sowie zwei unscheinbare Maler, die uns das schönste Bild schenkten, das man sich wünschen kann. Eins von einer hoffnungsvollen Zukunft. Ich wünsche mir, dass sie uns auch weiterhin begleiten werden. Vor ein paar Tagen wurde ich, Chai Nuss, zum neuen Regenten von Yulmoh gewählt. Ich trete heute vor euch, um zu verkünden, dass ich diese ehrenvolle Aufgabe annehme und mit Hingabe und Respekt ausführen werde. Aber zuerst nur vorübergehend. Freie und Arbeitende, Bürger und Nichtbürger. Unter Lord Warthrees Herrschaft galten viele Unterschiede zwischen uns. Ein Fehler, den wir nun zu berichtigen haben. Wir werden uns zusammensetzen und miteinander darüber reden müssen, wie wir das verlorene Vertrauen wiederherstellen wollen. Aber es gibt dringende Probleme, die unseren Alltag betreffen und keinen Aufschub erlauben. Die Ernährung der Bevölkerung, das Schicksal der verlassenen Dörfer des Umlands, das Wiederbeleben der Wirtschaft und des Handels. An allen Ecken und Enden gibt es etwas zu tun. Ich werde mich als erstes um die Sicherheit und den Frieden aller bemühen. Das hat für mich alleroberste Priorität. Wir Freien, die in Warthrees falschem Paradies ein gutes Leben führten, werden unsere Einstellung von Grund auf ändern und Opfer erbringen. Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Wir werden alles tun, um denjenigen, die uns von dem Licht befreiten, ohne Scham in die Augen sehen und sagen zu können, dass sie diese Welt nicht umsonst gerettet haben. Wir müssen unsere Art zu leben ändern. Sobald wir die dringendsten Probleme gelöst haben, werden wir alle gemeinsam darüber sprechen, wie wir leben wollen. Bis dahin will ich dieser Stadt als Regent dienen. Und ihr werdet mir dabei helfen. Applaus Vielen Dank. Ach Mensch, diese alte Nummer mit den Malern. Dass er sich daran noch erinnern kann, dieser Schelm. Okay. Ich glaube, Alfino will noch irgendwas dazu sagen. Es war eine schöne Rede, kann man nicht anders sagen. Das war ein... Das war ein gelungener Amtsantritt. Scheinlos. Ihr könnt euch der Unterstützung des Volkes sicher sein. Ich glaube, sie haben mich wirklich verstanden. Ich werde Eingeständnisse machen müssen, aber es wird wohl für das Wohl aller sein. Ich wünschte mir, dass ganz Colusia von unserem Neuanfang profitiert. Es ist ein steiniger Weg, aber der erste Schritt ist getan. Die Bewohner von Jumau haben heute, unabhängig von ihrem bisherigen Rang und Status, einen neuen Pakt geschlossen. Solange dieser Pakt besteht, wird ein Schritt auf den anderen folgen. Und ich werde ihnen dabei helfen, ihr Ziel auf dem schnellsten Weg zu erreichen. Ja, es ist ein Pakt, den wir für alle Zeiten in die weißen Felsen gemeißelt haben, auf denen diese Stadt ruht. Aber vergessen wir nicht, dass es die Kriegerin der Dunkelheit war, die uns diesen Weg eröffnete. Sag mal Liebster, jetzt wo du Regent bist, wirst du dann die meiste Zeit oben im Audienzsaal verbringen? Das wäre mir ein wenig zu einsam. Ich ziehe es vor, unter Leuten zu sein. Wahrscheinlich werde ich doch wie gewohnt hier im Salon meinen Geschäften nachgehen. Das höre ich gern. Hier ist es viel gemütlicher und der Ausblick gefällt mir wesentlich besser. Entschuldigt, aber dürfte ich die Herrschaften wohl für einen Augenblick stören? Ja, aber das ist doch der Mann aus Wrackstadt. Ähm, Hartenbeet. Ich möchte mehr darüber hören, wie ihr den Bewohnern von den Armenvierteln helfen wollt. Die Mägen sind leer und die Herzen quellen über Vorarbeitseifer. Verstehe, wir sollten sofort etwas unternehmen. Kommt, wir werden über alles sprechen. Verzeiht die plötzliche Verabschiedung, meine Gäste, aber die Geschäfte rufen. Ich werde nie vergessen, was ihr für mich und diese Stadt getan habt. Ihr werdet hier immer willkommen sein und nun entschuldigt mich. Ich möchte mich auch bedanken dafür, dass ich euch begleiten durfte. Es gab viel, über das ich nachdenken konnte. Über diese Stadt und vor allem über mich. Ich glaube, ich weiß jetzt, was ich mit meinem Leben anfangen möchte. Ich will Bauer werden. Nice! Das freut mich, Kaschir. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Während der Rede habe ich auch etwas über etwas nachgedacht und einen Entschluss gefasst. Eigentlich wollte ich bleiben und mit ansehen, wie es mit Jumor weitergeht. Aber das ist nun nicht mehr nötig. Die Hauptstadt des Vergnügens von einem selbstsüchtigen Despoten errichtet ist nicht mehr. Über dem verblendeten Paradies ist ein neuer Doppelstern aufgegangen, der mit dem Licht der Hoffnung strahlt. Mehr brauche ich nicht zu wissen. Für mich und meine Freunde wird es Zeit, unsere eigene Reise fortzusetzen. Na, das klingt doch super. So viel verändert sich und jetzt verlasst ihr uns noch. In den letzten Tagen, die ich mit euch verbracht habe, habe ich darüber nachgedacht, was ich mit meinem Leben anfangen möchte. Ich könnte natürlich nach Kristarium oder ins Umland gehen, aber ich habe mich entschlossen, mich in Jumor niederzulassen. Es war immer mein Wunsch und trotz der grausamen Erfahrungen bleibt es die Stadt meiner Träume. Besonders, weil es jetzt jemand wie Shenous gibt, der die Stadt in eine neue Richtung leitet. Ich will unbedingt, dass er Erfolg hat und einen Betrag dazu leisten. Ich habe in der Stadt ein paar meiner alten Freunde aus Werftingen wieder getroffen. Wir wollen zusammen etwas auf die Beine stellen, etwas, das der Stadt nützt. Das ist doch hervorragend. Jumor braucht Leute, die etwas bewegen möchten. Ich bin mir sicher, dass ihr Erfolg haben werdet. Wenn ich so darüber spreche, verspüre ich plötzlich doppelt Lust, mich in das Unterfangen zu stürzen. Aber ich möchte noch nichts verraten. Ja, mach mal. Ist okay. Ich drücke fröhlich diese Notenrolle. Es freut mich, dass Kai Schirr Pläne für die Zukunft macht. Er ist ein guter Junge. Er, der viel durchgemacht hat. Wir sollten jetzt wieder an uns denken. Lass uns ins Okulat zurückkehren und sehen, ob Beck, Luke und die anderen Fortschritte gemacht haben. Jo, dann wollen wir doch mal. Das wird wieder eine etwas längere Folge. Aber, ich glaube, die lohnt sich. Denn ich glaube... Oder auch nicht? Nein, wir machen hier einen Cut. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt... Also bis dann. Ciao.